Hier in der Lassepark gibt es dann Spätfrühstück von 10 bis 11.30 Uhr. Da kann man dann kurz nach dem Hauptrestaurant, kann man hier dann noch eine Kleinigkeit essen, wenn man hat. Viel ist es nicht, aber so für die Langschläfer, die Party gemacht haben, ist dann auch alles noch da. Kaffee, Milch. Das ist das Spezialitäten-Restaurant, das bulgarische. Kinderwelchen gibt es überall. Hier kann man sich damit losmachen. So, die gibt es aber noch keine. Ne, die ist leer. Die hier. Die hier.